Schulsport muss verbessert werden, denn 40% der Jugendlichen leiden an Haltungsschwächen. Man fordert eine bessere Zusammenarbeit von Schule und Vereinschaffung von Turnseelen in allen Pflichtschulen und die Bereitstellung von Mitteln aus dem Sporttoto und Zahlenlotto für Schulsportprojekte und noch vieles andere mehr, wie eine bessere Turnlehrerausbildung und so weiter. Zum Abschluss unserer Sendung der Hinweis auf die morgigen Übertragungen. 11.50 Uhr FS1, Damenabfahrt Pascal Stein, 13.05 Uhr FS1, Herrn Super G aus Garmisch-Partenkirchen und eine Zusammenfassung bei den Rennen um 18.25 Uhr in FS2. Soweit unser Sportstudio. Guten Abend. Es geht um die unfassbare Summe von 11 Millionen. Halt! Keine Gebäude. Sporthilfe-Rekordquiz-Karten gibt es überall um 30 Schilling. Auch für Präsidenten. Die Geschichte zweier Welten und der Wesen, die in ihnen leben. Eine dieser Welten ist die uns Vertraute, die wir sehen und fühlen können. Es ist die Welt der User. Die Welt all derer, die Computer benutzen. Auf dieser Seite des Videostirms. Die andere Welt ist ein elektronischer Mikrokosmos, der unmittelbar neben uns alle.